es ist scheiße und dann das los ist er kann nur luigi gewinnen und junger alter kann es sein dass die torten ein weiter geworden ist ja halt das einfach nur zwei münzen mehr als ich quatsch was ist es jetzt ist jetzt ein Stern gratis oder ich glaube ab jetzt ein Sternekreis man muss sich mehr 20 München zahlen und Peach verliert das ist eine Aufnahme, gell? Ja, das ist eine Aufnahme Danke Ja, Rutsal schneide ich nicht draus Oh, was hast du mit deinen scheiß Swap Cards? Die machen doch nur das Spiel kaputt Das ist aber wirklich so, gell? Fünf und ne neun Da bin ich geplättet Ja, bei der kommt noch mal Big Mama kommt noch mal Ähm, 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 ähm Wenn jetzt noch mal große Pilz kommt in der Schlaufe dann mache ich es aus Glückspilz Der Pilz Ähm, 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 Kevin Und Ich Mach ne Acht Wir müssen Stern grünen Und dir, der Fragezeichen Stern, dir und mir Moment Ich muss noch nach oben Ich muss noch nach oben Richtig nach oben Oh, fuck Wie der Lucky Mini Game Wie der Lucky Mini Game, das heißt, es geht um mehr Oh, nicht mal drei Oh, nicht mal drei Oh, nicht mal drei Und das ist Mr. Blizzard Mr. Blizzard Boy Getsch Okay, gerade Aber wir müssen die Datschen Die Schneebälle Datschen Die werfen Schneebälle und wir müssen Datschen ja ausweichen Ihr Scheiß, das ist ein Hetzer Herzlichen Glückwunsch Scheiß, man Und das ist Man weiß gar nicht, wo die hin Ja, und es ist auch Eis Das heißt, man rutscht da ein bisschen Oh, fuck Scheiß, man WTF What? Okay, ich wäre eigentlich schon fast dreimal gestorben Scheiß, ey, was macht die Peach da? Luigi ist schon mal down Oh, jetzt kommt der fette Schneeball Das ist Betrug, Alter! Wie kann der gewinnen? Und Ja, du speicherst nur, weil du jetzt gewonnen hast Ja, natürlich Die sind 20 wichtige Münzen für den Mini-Spielstern Halt für den Mini-Spielstern Du bist so ein Betrüger Sonst ist es halt unmichtig Ach, jetzt Jetzt halt dein Maul mit deinen Swap-Cards Jetzt kommt das verbackte Spiel wieder Warte, was tauscht ich grad die Items? Öh, kannst du haben, brauch ich nicht Scheißpottse Ich wollte Scheißpottse Ne, der hat jetzt die Items getauscht Warum benutze ich das so für Mini-Kids? Ich brauche nicht, wen in die Wien schränken werden Weil ich frag mich wie doof Manchmal Naja, die Antwort ziemlich Manchmal sucht ich wenn man wenn die Geben mich schränken würden dass ich je nach Dach machen könnte In kein Duell Natürlich würfeln wir eine 2. Und wir sind jetzt weg vom Fenster. Nice. Naja, jetzt ist der Fahrzeichenstern aber hier. Ja, aber sichere Sterne sind halt sicherer. Kenntnis des Tages. Die Konsole. Buchsquim. Kannst du eigentlich programmieren? Ne. Also wir müssen datschen, bewegen. Schon wieder so datscheiße. Ja, man muss halt in die Lücken. Das ist datscheiße. Halt. Gucken. Das ist interessant. Oh Gott. Mann. G-Speak. Und mittlerweile wirds schnell. Oh fuck. Hä? Das ist Betrug, Alter. Das ist so ein scheiß Betrugsspiel. Alter, du kriegst nur Münzen. Ich gewinn hier alles. Ich will. Aber nur für Betrug. Warum setzt sie die Mini-Kills ein? Sieht doof. Ich will den auch loswerden. Hahahaha. Und dann versuch die auf Shanks-Time zu kommen. Ich glaub sie kommt sogar auf Shanks-Time. Ich weiß nicht. Ich hoffe sogar, dass dann alle deine Münzen weg sind. Das ist das einzige an was du denkst. Zumindest verkack die hier. Ja. Ne. Kommt sie nicht. Ah, dahin ist Shanks-Time. Und jetzt komme ich. Und ich lande auf Duell. Pff. Instant-Saven. Das sind da zwei. Das ist nochmal 30 Münzen. Also ich hab ja eher so. Richtiger Lacker hier. Du bist so ein Dreck. Ohne Witz kannst du das bitte zensieren. Du bist so ein Dreck-Sack, Alter. Wieso machst du so eine Scheiße, Junge? Du bist so ein Scheiß-Glück. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Was soll ich ihm bitteschön zensieren? Junge, nur 10 verpickte Münzen. Ohne Witz ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hab mal nicht für mich, für dieses Dreckslabyrinth-Endschensamm, für was anderes. Wir müssen die Schmetterlinge, die hier fliegen, sammeln. Man muss die meisten sammeln, bewegen. A um die von oben zu Kitchen-O-B. von der Seite rote ein Punkt blaue gelbe ein Punkt rote zwei blaue drei die Schmetterlinge einsammeln so ich kann auch noch er schafft 3 ab ich auch schon das das ich weiß nicht aber ich glaube die bringen auch nur einen Punkt den Scherz-Golden nein nein den blauen Wasch das gar nicht, wie gut ich war, ich auch nicht. Mal gucken. Die Pieps ist ganz gut. Gleichstand. Das gab so nie eine Mario Party Geschichte. Okay, jeder kriegt seine... Wir beide kriegen... Wir beide kriegen halt 10... Ne, wir kriegen 10 plus. Speicherer, speicherer ich. Ja, speicherer. Es geht um doppelt. Warte, ich mach nochmal. Damit es selbst ist, dass ich 2 kriege. Making Waves. Auch nicht mehr das ab, wenn ich verliere. Ja, dann sei wie ich. Du bist so nah. Die Teamspieler müssen... Die Teamspieler müssen... Müssen Stammattack machen, um Wellen zu schaffen, wen der Einzelspieler auf dem Panzer balancieren muss. Du musst bewegen, bewegen... Stammattacken müssen von... Verschiedenen Richtungen, bla bla bla. Computer Gegner sind scheiße, ich habe verkackt. Warte, kann ich springen? Ich würde sagen... Ja, aber macht ihr mal Stammattacken. Junge, Alter. Das... Nein! Junge, Mann. Ich habe fast 300 Münzen. What's going on? Du bist lecker. War doch klar. Okay, was ist das hier? Jetzt kommt's! Jetzt kommt's! Ja, wenn du... Speicher! Nachte, Luigi und Buzz. Was passiert? Ich habe es jetzt so angestellt, dass der Computerdinger da geskippt werden. Also wenn ein Computer das macht, dann wird das halt geskippt. Aber was ist passiert? Es ist auf jeden Fall nichts mit dir passiert, sehe ich gerade. Vielleicht... Fünf Münzen... Was weiß ich, was passiert ist. Komm, dass nichts passiert ist, muss gesaved werden. Ja, der Stern ist mir... Ist er nicht safe? Scheiße. Ich komme... Yay! Ich habe gesaved! Und... Warum hast du so eine Schadensfreude gegen mich? Jetzt... Nice to 10, aber ich kann mich wieder nicht zum Item laden. What the fuck? What the fuck? What are you getting wrong with me? I want to buy me an Item! What I'm not to... What I'm arm? Boah, ohne das. Ich hoffe, alle Münzen weg. Ja, in München geht es wieso schon mir? 30... Ja, okay, wenn du froh bist... Dann nehmen wir halt 30 Münzen weg. Mann... Speicher! Oh ja... Halt and go! Boom! Was war das nicht? Das ist eigentlich egal, was es auch ungefähr war. Jawohl, jetzt muss ich anzünden. Zurückspielen. Okay, Louis und Peach rennen sich an. Okay, Louis und Peach rennen sich an. Und... 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 Der, 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 der... Die, der, der... Sehr geil. Bitte nicht. Ja, wir sind gewohnt, ich war in A. What?! Alle waren in A und ich habe sich ausgewählt. Speicher! Jetzt war es in die Aufnahme! What the fuck? Alle waren in A! Und ich habe sich ausgewählt! Das ist aber Zufall hoch 10! Hey, Alter, aber wie viel Pech kann man nur haben! Das ist letzte Runde! Warte, wir dürfen danach nochmal würfeln! Ah, nochmal Fragezeichenpunkt, das ist cool! Sieht so gut aus für dich mit dem Gewinn! Alle waren einfach, alle! Foto Finish! Du bist so ein Lappen, alle waren in A! Also, wir müssen, da steht sogar Please Finish, aber wir müssen das Fotopuzzle, das ist ein Puzzle, wir müssen halt die Stücke in den richtigen Ort reinbringen, wo es halt richtig ist, L und R um die Stücke zu rotieren. Und A um sie zu droppen! Ja, man muss... Okay, los geht's, komm! Man sollte sich merken! Hä, was ist meins? Hm, was ist deins? Hm, was ist deins? Hm, was ist deins? Halt, Small, Alter, wie schnell warst du? Hex-Mode! Na, jetzt bist du im Bild gefahren! Ach, es kommt doch schon wieder raus! Gibt das nicht noch einmal so? 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 Nein! Nein! Es ist zu Ende! Dieses Spiel ist schon wieder draußen! Und... Münzen! Dann, Bonus-Sterne! Minispiel-Stern geht an... ...mir! Unverdient! Der Münz-Stern geht an... ...mir! Das war auch unverdient! Wie unverdient! Der ist jetzt also verloren, hätte ich noch genügend! Und auf der Fragezeichenstern geht an mir! Dann... ...gewonnen... ...habe... ...habe... Ach, das ist so spannend, das ist jetzt offensichtlich! ... ...ich habe ich seitdem nicht mehr gerechnet! Juhu! Damit hätte ja niemand gerechnet! Oh mein Gott, was... ...das war das knappeste Rennen, was es jemals gab, Leute! Ich bin der Partystar! Ciao, ciao, ich habe keinen Bock mehr! ...schau euch mehr raus! Das heißt, mal nur die Statistik... ...wow! Richtig nice! Dann, machen wir mal die Details... ...Münnie-Spiel-Stern ja schon ziemlich eindeutig... ...Münn-Stern ist recht, auch selbst wenn ich 100 Münzen nicht gewonnen hätte... Dann werden es immer noch, ja, viel, viel, viel Abstand. Dann das hier. Und. Abspeichern und weiter geht es im nächsten Part. Wir sagen, tschau Leute. Okay, es ist nicht mehr da. Also, tschau Leute. Eigentlich ist ja niemand, aber wo waren denn da bitte schon Ereignisfelder? Da waren kaum welche. Dann, willst du Verabschiedung machen? Na, will er nicht machen, er ist heulen gegangen. Dann sag ich, tschau Leute. Und. Untertitelung des ZDF, 2020